hallöchen ihr war nausen da draußen herzlich willkommen zurück zu einer runde galactic science so ich habe hier schon mal das rezept reingelegt nämlich aus c wie carbon sechs teile zehn hydrogen also ha und einem oxy und fünf teile oxygen wird cellulose gemacht davon machen wir uns aber eins wir nehmen uns noch ein carbon mit wir brauchen gleich einen eimer wasser haben wir schon eine unendliche quelle ich glaube nicht ne sehr frech eigentlich warum habe ich keine unendliche quelle hat doch da hinten haben wir schon ein jama das gut dann wollen wir uns mal kurz ein eimer wasser so und dann haben wir im bett rein so das war es schon dann kommt hier links cellulose rechts ein carbon und damit kriegen wir ein noch niemals ein eimer hutsch habe ich jetzt eigentlich gerecht das dann einmal wird das heißt aber für uns das eigentlich egal ist denn er ist uns nicht egal weil wir brauchen dafür dann mindestens vier das heißt wir müssen vier cellulose haben noch drei 1 2 3 und davon drei damit wir genug hinkriegen entschuldigung muss mal kurz husten soll dann du und du wieder rein dauert jetzt ein bisschen weil der muss glaube ich 100.000 11 dafür haben oder wir machen das doch anders weil wir brauchen dafür gunpowder und redstone schauen wir mal einen gunpowder und einen redstone rein eigentlich sollte es funktionieren da muss der rutsch aber auf der anderen seite für alles frech deswegen wird es nicht funktionieren okay wir müssen den dann links reinpacken ok können wir gerade nicht rausholen natürlich frech also doch so dann ist doch das und das wie gesagt 100.000 11 brauchen wir für einmal dass wir hutsch rauskriegen und dann muss das auf der linken seite leider für ganz schön frech eigentlich deswegen baut man normalerweise zwei bets weil das einfacher ist aber schön wenn das so ist dann ist es so so und jetzt hallo achso wir brauchen noch wasser stimmt water 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 wir brauchen noch drei arme wasser dafür stimmt und dann kriegen wir auch rocket fuel daraus dann wenn man das nächste nächsten schritt dann auch haben fertig dann haben wir jetzt 1000 bewundert wie gesagt zwei einmal wasser brauchen wir noch so und danach noch ein und dann sollten wir es eigentlich haben und dann mal schauen wie viel rocket fuel wir daraus kriegen für die gasturbine weil die läuft ja auch schon einiges ne oder falsch rausgenommen da raus danke die läuft ja auch ein bisschen mit rocket fuel habe ich so hat gefühlt so also also was machst du da ach so der ist schon am wurzeln denn wir haben empty und ich habe gerade aus das interpretiert was ich nicht wollte not enough power super toll warum also du bist gerade am laden weil du keine kohle warst wahrscheinlich doch also wohl noch generell machst du auch ja 13 11 war doch so viel aber der produziert gerade infused null prozent sehr schön so bring mir wieder zurück bin da leider wieder drauf getreten so die sind empty die beiden schlecht deswegen kommen wir doch einfach den zweiten einmal rein weil ich brauche das zeug sowieso nicht eigentlich eigentlich deswegen so wir haben wir noch ein bisschen rocket fuel rein so fertig so der ist gleich durch der dritte dann fehlt der vierte schritt noch und dann können wir dann umdrehen dass wir wieder rocket fuel kriegen der ist fertig und grandios drei dash rausgeholt aus dem ganzen zeug na dann ist das so ja wir brauchen auf jeden fall mehr eisen wieder so leid es mir tut brauchen wir mal wieder viel eisen wie immer eigentlich eisen ist echt die achilles färse in dem in dem mod pack finde ich das ist das was man am meisten braucht leider ach so wir haben wir noch eisen hier drin ach ja stimmt ja wir haben ja noch eisen gemacht stimmt 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 dann wollen wir das doch mal durch schmelzen 54 eisen wieder so der rest kommt erst mal weg wie gesagt wir haben uns jetzt mal mit der turbine immer ein bisschen beschäftigt es funktioniert wie wir gesehen wie gesagt ich zeige euch gleich noch wie man hier das rocket fuel macht mit dem wet ist jetzt auch kein hexenwerk und dann wollen wir mal weiter machen wie gesagt wir müssen ja noch ein paar sachen machen wir müssen ja einmal die steam turbine controller noch bauen da können wir block of redstone und wir kriegen den super bilder zu bauern coole sache das gucken wir mal was wir dafür brauchen steam turbine controller da brauchen wir wieder so ein teil da brauchen wir nochmal vier dash das geht uns natürlich mächtig aus jetzt gerade dann da durch aber gut das ist so so wir sind fertig mit dem rutsch die frage ist können wir das jetzt einfach rausholen das weiß ich gerade gar nicht naja kann man wir für uns jetzt würden jetzt fehlt uns ein eimer war ja klar weil das sind drei wir haben noch einen sehr gut so jetzt sollte er leer sein gehe ich mal stark von aus ja ist er dann da jetzt den hut schreien zack 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 sollte der jetzt da drin ein genau und dann brauchen wir ein bisschen gunpowder ein bisschen redstone und und wir haben ein eimer rocket fuel jetzt auf jeden fall schau mal zack ein eimer rocket fuel und da kommt nicht so viel aus da muss man immer bedenken wir haben jetzt drei doch drei eimer gekriegt tatsächlich cool das können wir alles hier rein kloppen und dann läuft die gastromine ein bisschen also haben wir aus vier cellulose und vier karbon haben wir jetzt vier drei eimer rocket fuel gekriegt ist nicht wenig finde ich passt eigentlich so und die produziert jetzt erstmal etwas länger dann halt unser zeug hier das passt doch natürlich muss man das immer abwägen 100.000 rf braucht man um überhaupt rutsch herzustellen da sollte man natürlich dann machen wenn man genug sachen dafür hat ehrlich gesagt da sollte man echt immer ein bisschen abwägen ob sich das lohnt ähm wo habe ich denn jetzt den einen netherquartien geschmissen da so wir brauchen mal wieder das teil das kriegen wir hin haben wir äh wir brauchen die teile haben wir noch da brauche ich gar nicht gucken da brauchen wir noch zweimal frames wo habe ich jetzt hingetan da habe ich die teile schon mal gesehen und die teile brauche ich noch dann brauchen wir das teil und das teil das ist eine frage ich weiß nicht wie das ding funktioniert steam turbine können wir auch mal aufbauen können wir mal gucken wie das ding funktioniert eine turbine brauchen wir natürlich ähm rf umdrehungen consuming braucht er nur wasser oder was braucht er das ist ja die frage ähm ja ich könnte natürlich eine turbine bauen und testen ich weiß nicht was der braucht turbine power kapital fluid intake braucht er was zum verbrennen brauer nicht das ist halt so eine sache ich will es eigentlich jetzt nicht unbedingt ausprobieren das ist ein steel turbine ist mir auch klar apropos ich kann noch ah warte mal haha jetzt machen wir ein bisschen mehr jetzt machen wir 211 vor dem so und jetzt speichert die sogar geil stimmt ja stimmt das hatte ich ja auch aber wie gesagt ich weiß nicht ob die anders funktioniert ähm wir können es wie gesagt mal ausprobieren wir bauen uns einfach mal der iron turbine wir gucken aber erstmal was wir kriegen achso wir kriegen ja hier ich nehme natürlich ich nehme mal den ich nehme das soul fragment weil den super den bilder brauche ich eigentlich nicht ich weiß es jetzt ach guck mal semi-stable nuggets cool da können wir uns auch selber einbauen mit den dingern und redstone blöcke die wir absolut nicht brauchen all that steam you're making you're going to need a steam turbine was denn für ein steam ich mach doch gar ein steam ich bin schon wieder drauf gesprungen ist ja wieder sehr geil habe ich noch cola dran ja hab ich sogar äh dann packen wir wieder 16 überall rein so bitteschön ich sollte das ding einfach mal ausmachen wenn ich auf dem mond bin wäre aber was ne dann würde ich vielleicht auch nicht immer da drauf springen aus Versehen so mach doch mal bitte aus interrupt danke so egal wir lassen dann mal mit dem steam wir machen das jetzt ganz normal mit dem gas das reicht vollkommen die packen wir mal weg vielleicht probieren wir mal irgendwann mal aus aber jetzt gerade nicht so wird brauchen wir als nächstes wir brauchen noch den heat exchanger okay den heat exchanger brauchen wir noch exchanger und zwar diesen jeden da brauchen wir wieder so ein teil das heißt wir brauchen wieder dash und dash haben wir gleich nicht mehr das heißt wir können noch maximal ein teil danach aus dash bauen das war's ähm wir brauchen wieder einen nether quads ähm wir brauchen wieder nichts sonst hm du kannst direkt mal wieder durchjagen dann müssen wir tatsächlich weiter wieder wieder auf maß gehen wenn wir dann ähm kein dash mehr haben dann ist das so so dash dashi ist fertig dann die exchanger mal wieder du du kommst mal direkt wieder her da brauchen wir da zwei frames also vier insgesamt und dann brauchen wir dann das teil und dann haben wir den heat exchanger schon den kann man sogar wo kann man den dann packen heat exchanger possible module heat exchanger kann man den nicht da dran kloppen kann das sein turbine ähm kann man den da dran hauen ne ach so das ist nur einfach ein heat exchanger hm keine ahnung wofür der ist ist mir auch wumpe steam formularer ah ok aha äh wir nehmen uns mal das einsteinium denn das daraus können wir enderperlen machen so und da hinten ist auch eine sehr schön geil da ist mal eine enderperle gewachsen glauben wir noch nicht sehr schön und ich fälle gerade ein cellulose hätte ich aus sugarcane glaube ich machen können aber gut wir haben uns das jetzt selbst gebaut fertig passt die hauen wir trotzdem mal da durch die sugarcanes alleine schon mal was können und vor allem weil ich das carbon sowieso brauche ne da kommen suchhose raus aber da kriegen wir auch ähm c raus weil c brauchen wir auf jeden fall noch ohne ende wie viel c kriegen wir da raus 12 das geht eigentlich gut genug h h ist jetzt relativ aber ist egal ähm so heat exchanger wie gesagt ist ein teil was aus lava wohl steam macht die steam turbine ist wahrscheinlich dann so ein teil was dann aus dem steam wiederum strom macht das könnte das gucke ich mir mal an in ruhe wie das funktioniert und dann schauen wir einfach mal ob wir so was aufgebaut kriegen denn ich denke einfach mal warte mal wenn ich den zum beispiel jetzt hierhin stelle da brauchen wir auf jeden fall normalen heat exchanger für exchanger genau den da den können wir sogar auch noch bauen können wir nicht weil ich von den dingern da keine mehr habe aber die kriegen wir hin da bauen wir ein paar so brauchen wir da zwei frames also vier und dann bauen wir den teilen einfach mal so heat exchanger ist fertig so empty empty das heißt ich muss eigentlich lava und wasser da einführen so wie es aussieht lava und wasser und dann sollte es eigentlich funktionieren das problem ist nur da brauche ich wahrscheinlich eine note für haben wir noch wir haben einen liquid note haben wir sogar und transfer pipes haben wir auch noch dann könnten wir das eigentlich mal kurz ausprobieren wie viel steam der produziert wo habe ich denn die note hingeschmissen da world interaction upgrade brauche ich auch und ich brauche mal kurz wasser so pass mal ob das ist ja sowieso dann machst du mal so dann kann ich doch eigentlich eine komplette quelle hin machen nein nicht du da hin baue nicht den da rausnehmen den da danke so dann bauen wir gleich eine komplette quelle da hin wir hauen aber erstmal die note da drauf natürlich so und dann so eine note nach der erste kraft dann oder andere ist egal so schauen wir mal einmal und dann eigentlich so genau so so dann ein das da genau da kommt wasser jetzt raus so muss es sein dann brauchen wir ein paar notes um den natürlich hier hin zu bringen ach da brauchen wir ach da brauchen wir fluid intake ne stimmt das fehlt ja noch fluid intake da brauchen wir nochmal ein frame und dann machen wir das so genau da kommt wasser rein und dann brauchen wir halt dann an der anderen seite für lava theoretisch so hatte ich das eigentlich jetzt nicht geplant ähm wo ist denn die lava da ach ja klar aber sieh die an natürlich ähm komm ich da drunter irgendwie oder dahinter mal gucken da ist der anschluss da komm ich da irgendwie drunter mal schauen so pass mal ob da ist ne ne da ist obsidian da komm ich nicht drunter oder sehr weit drunter wenn da müsst ihr irgendwo da ist irgendwo der der lava ne das lava wenn ich denn aber dahin mache und dann da und dann noch tiefer ein noch ein tiefer ja toll da war strom so 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 dann wieder raus hier aus dem loch ma ich bin nur ran am bauen hier ja Gott nervt mich doch jetzt nicht ich bin gerade voll beschäftigt müssen wir kurz gucken wie ich hier da ist das was äh Stromkabel wo sind wir denn jetzt hier ist der das glaube ich auch ne so die Frage ist kommt da jetzt lava rein steam ja tatsächlich hahaha geil wir produzieren steam schön sehr schön wir produzieren jetzt steam dann haben wir jetzt einen steam generator dann haben wir eigentlich genau lava wird aber auch verbraucht natürlich wo aber auch mehr lava jetzt reinkommt als wir verbrauchen jetzt haben wir steam sehr schön das heißt wir brauchen jetzt fluid output wahrscheinlich gehe ich mal stark von aus heat exchanger controller wir brauchen jetzt einen fluid output hoffe ich mal da brauchen wir wieder ein frame und dann brauchen wir das teil einmal wie gesagt da brauchen wir fluid output den packen wir einfach mal wo packen wir den denn hin äh packen wir den einfach mal hier oben drauf fertig so 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 also funktioniert wie ich das vor habe ich habe keine ahnung brauchen wir das ähm pass mal ob wir bauen das teil einfach mal wo brauchen wir das teil jetzt hin das können wir eigentlich im prinzip einfach hier voll mitten rein bauen ne ist doch scheiße da alle eigentlich wir brauchen die fluid dinger wo habe ich die hingetan da ich hoffe es funktioniert damit das weiß ich nämlich nicht naja sieht gut aus sogar das sieht sogar sehr gut aus mit den teilen ja jetzt verbindet er sich natürlich nicht weil kann ich euch da gleich sagen da geht damit der na so geht es alles klar der verbindet sich einfach nicht damit weil da schon was drin ist da ist nämlich steam drin so und du läufst mal bitte hier oben lang wenn das auch funktioniert da wird ja natürlich pornois so dann brauchen wir natürlich wieder einen fluid intake den brauchen wir auf jeden Fall da brauchen wir eine turbine und dann schauen wir einfach mal was passiert da brauchen wir mal wieder ein frame und wir brauchen natürlich wieder das teil so dann wollen wir natürlich den fluid intake bauen wir da dran und bauen den mal da dran schau mal der ist jetzt natürlich noch nicht verbunden wir brauchen noch eine turbine und da bin ich gerade überlegen ob wir direkt zwei machen wir testen aber erst mal nur eine würde ich sagen wir bauen uns wieder eine iron turbine da brauchen wir den rotor natürlich wieder wir brauchen zweimal ein frame wo wir jetzt kein eisen mehr haben toll und wir haben kein eisen mehr da drin das ist noch besser verdammt wir haben keinen platz das ist noch beschissener packen wir die enderpelle da rein packen wir das da rein das brauche ich auch gerade nicht dich brauche ich auch nicht dich brauche ich gleich dich brauche ich auch gerade nicht so wir brauchen eisen los weil dann müssen wir die sachen ja auch mal ausprobieren wenn man die schon bauen kann warum sollen wir dann die mal ausprobieren ob es denn auch funktioniert so wie die sich das geht oder wie wie das funktionieren soll weil wie gesagt ich kenne die mods auch noch nicht und die folge wir schauen wir da längst vorbei über den steam das steam teil probieren wir jetzt aus das will ich jetzt wissen ob es denn funktioniert ma so ein rotor haben wir wir bauen dann eine turbine daneben so das funktioniert wir kriegen natürlich jetzt gerade noch nichts wir müssen jetzt diese leitung hier verbinden so und eigentlich sollte es jetzt schon funktionieren ja wir machen nicht gerade viel elf pro tic aber wisst ihr was scheiß drauf wir produzieren noch viel zu wenig steam warum ich weiß es nicht warum machen wir so wenig steam wir machen 14 millibucket pro tic wir brauchen 14 millibucket pro tic hm 28 f pro tic sag ich okay dafür dass sie eigentlich jetzt umsonst ist muss ich ja sagen oder wir machen ja jetzt im prinzip umsonst sturm wir brauchen natürlich noch den flux output ach da brauchen wir wieder so viel eisen ne ja gut ist halt so was soll was will zu machen ne ja wir brauchen wieder zwei pistons so bitteschön wir brauchen wieder mal das da wir brauchen wieder ein frame und wir brauchen das da und das war es so ich würde fast sagen wir wollen wir hier so hin so denn dann brauchen wir nur hier drunter ein kebelchen legen so was war es strom ist in production und läuft und wir brauchen wir produzieren damit 28 f pro tic ich finde das cool eigentlich hier produzieren wir gerade nur ach weil die voll ist okay das läuft doch gut guck mal wir haben jetzt zwei turbinen hier stehen von advanced generators wo ich den auch noch nie mit gearbeitet habe eigentlich mit diesem mod der ist aber cool eigentlich und wenn wir jetzt hier das ding noch ein bisschen ausbauen würden dann würden wir wahrscheinlich mehr steam produzieren gehe ich mal stark von aus wenn wir da jetzt noch ein heat exchanger dran kloppen ähm was ich auch eigentlich ausprobieren könnte wenn ich da noch einen dran mache was dann passiert vielleicht produzieren wir einfach mehr strom äh mehr steam dadurch gucken wir einfach mal den da da brauchen wir einfach nochmal zwei frames also vier wieder und da haben wir das ding schon und den kloppen wir einfach mal noch hier oben drauf und dann gucken wir mal was passiert wir machen jetzt 41 mb pro tic und wir produzieren schon mehr äh f geile sache geil-o-mat würde ich sagen geil-o-mat das heißt wenn wir jetzt noch stromspeicher dazwischen klemmen das wird wir könnten dann natürlich ich könnte das so umbauen den da den könnte ich hier neben bauen noch oder hier vor und dann hier irgendwie verbinden und dann dazwischen aber einen stromspeicher bauen dann wird das ja richtig cool sein 41 mb pro tic produzieren bei 1,1 mb pro tic klar war nur verbrauch ja gut heat loss ist 7,5 ist jetzt nicht so gut scheiß drauf wir produzieren ein ne wir produzieren jetzt gerade gar nichts weil die voll ist warum weil die gerade nichts verbraucht so wie es aussieht oder gerade irgendwie hier alles überhaupt nichts in benutzung ist lustigerweise so wie es aussieht weil die halt komplett von den dingern hier gespeist werden so wie es aussieht das ist ja geil dann können wir den eigentlich rausnehmen ne für immer aber so einen den packen wir mal da rein den können wir auch noch da rauspacken die packen wir mal da hinten wieder in die Kiste hier drin die Sachen so du nicht so ja klar jetzt produzieren die natürlich mehr aber es funktioniert kein Problem kein Problem sag ich warum ist denn da rot da ist rot und da ist grün das hat er auch da ist auch rot rum aber der geht raus das weiß ich hm oder ist der doch der ist doch auch mit den allen Sachen verbunden hier müsste hm egal ne den brauche ich glaube ich nicht man macht hier ab gut dann würde ich sagen wieder ein ein paar Sachen mehr gelernt und wie immer würde ich sagen wenn euch die Folge gefallen hat lasst ein Like da lasst ein Abo da lasst ein Kommentar da ansonsten wieder einen schönen Tag einen schönen Abend wie auch immer wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Galactic Science Tschüssingen dann wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde die Folge wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde